Hallo zusammen, hier ist wieder Heuchelah und heute bin ich wieder für euch in Battle for Esrod unterwegs. Und zwar wollen wir heute wieder so ein kleines Opening-Event machen. Ich habe wieder mal für euch eine Mythic Plus Chess und zwar jetzt hier in der zweiten Season. Das müsste die zweite Kiste sein, die wir jetzt in der zweiten Mythic Plus Season aufmachen. Und zwar habe ich wieder ein bisschen was vorbereitet. Ich war eine Plus Zehner gewesen und ja, ich würde sagen, wir gucken mal rein, was kann ich brauchen. Auf jeden Fall eine Hose und eine Waffe würde ich ganz, ganz dringend brauchen. Beziehungsweise, ja, Schuhe würde ich auch nehmen. Mal gucken, was ich rauskriege. Dann müsste ich auch genug Abzeichen hier haben. Titanenresidium, da muss ich mir dann auch noch was überlegen, was ich mir da kaufe. Vielleicht machen wir das dann auch gleich. Und ja, dann würde ich sagen, schauen wir einmal in die Kiste rein. Und drückt mir die Daumen, Waffe, Waffe oder Hose, Waffe oder Hose, Waffe oder Hose. Bitte, bitte, bitte. Handgelenke. Ja gut, ich habe 400 Handgelenke. Jetzt habe ich quasi 400 Zehner bekommen. Ja gut, ein Ticken besser sind sie schon, aber umhauen tut mich das jetzt nicht. Schade, okay. Ein bisschen vom Itemlevel pusht es mich. Ich hätte halt lieber eins von den Lone-Teilen gekriegt. Gut, egal. Haben wir dahingehend wieder eins mehr. Jetzt muss ich bloß gucken, dass ich die gleich disse. Und wie viel Titanenresidium haben wir jetzt? 2000. Sollen wir uns auch gleich noch kommen. Das machen wir jetzt auch in dem kleinen Opening-Video noch. Ich fliege fix runter und kaufe mir noch ein Item. Und zwar ein 415er Random-Item. Dann haben wir das auch noch gleich mit drin. Und dann habt ihr nicht nur die Kiste, sondern auch gleich noch hier das Gamble aufs Azrit-Item. Ich muss mal gucken, was ich mir kaufe. Ich habe ja drei Teile an, die jeweils ein Itemlevel von 400 haben. Jetzt muss ich mal gucken, was ich in Trades drauf habe. Das hat eigentlich ziemlich gute Trades drauf. Gucken. Ja gut. Was hat das hier? Die Trades sind okay. Und das fand ich eigentlich auch nicht schlecht. Das ist ein PvP-Teil. Und ich fand den Trade relativ gut, weil die Vielseitigkeit macht etwa 4% aus. Und das ist 4-5% irgendwie sowas rum. Das ist ziemlich viel, muss ich sagen. Ich dachte erst, der Trade ist scheiße, aber der ist ehrlich gesagt, das hängt gar nicht so verkehrt. Also irgendwie 4-5% mehr Damage und 2,5% weniger Schaden ist gar nicht so verkehrt. So, jetzt muss ich gucken, welches Teil ich nehme. Ich tendiere gerade ehrlich gesagt zu den Schultern. Was ich jetzt aber noch machen werde, ich gucke jetzt einmal nicht in Uldir, sondern ich gucke einmal in der Schlacht von Daza-Aloa, wo es welche Items gibt. Also hier gibt es einen Kopf. Also gut, es zählt ja dann der Mythic-Modus. Einen Kopf gibt es relativ früh in der Instanz. Eine Brust gibt es auch relativ früh. Gut, die drei Bosse haben wir down. Also alle drei Bosse, die hier sind, würde es theoretisch auch direkt schon mit einem 4-15-Azerit-Peace geben. Also die drei haben wir in der ersten ID gelegt. Ich denke mal, die werden wir jetzt auch hier eine weitere ID legen. Gehe ich mal ganz schwer davon aus. Jetzt gucke ich mal schnell hier rein. Das ist okay. Das ist auch okay. Wobei das hier auch nicht schlecht ist. Obwohl, eigentlich wäre die Kombi fast besser. Gut, ist das der Kopf, den ich aufhabe? Oder nein? Nee, das ist nicht der Kopf, den ich aufhabe. Aber die Kombi ist schon mal ganz gut. Also den Dings können wir nehmen. Die Brust hat was drauf. Das finde ich auch nicht schlecht. Was habe ich im zweiten Ring? Im zweiten Ring habe ich ziemlich den Kack, ne? Das ist ein Tempo. Hm. Hm. Gut, und das aufspießen. Ja, wobei das gar nicht so schlecht ist. Hm. Für Sekunden. Ja, gut. Ist eigentlich auch okay. Und was haben wir bei dem letzten hier? Da sind noch die Schultern, ne? Ähm. Hm. Heilung. Primer Stat. Umso lange alle. Ja, nee. Das war der Kack. Okay, ich hole mir Schultern. Weil die Schultern sind am beschissensten. Gut, dann würde ich sagen, ähm, behacke ich dich mal hier. Und jetzt kann ich mir hier quasi ein Token kaufen. Jetzt darf ich es nicht verkacken. Ah, also. Was haben wir denn hier? Acerid Helm haben wir hier. Dann haben wir hier einmal Schiftungen. Das sind die Schultern und die Brust, ne? Die kosten 1725. Da kann ich mir... Äh, Entschuldigung, ich habe mich fast falsch gekauft. Kann ich mir dementsprechend eins kaufen. Ähm. Oder halt ein spezifisches für 7000. Aber bis du 7000 Marken zusammen hast, dauert mir das zu lang. Deswegen kaufe ich mir jetzt einen 415er für, ähm, ja, die 1725. Und zwar hier. Schauen wir mal nochmal. Schiftungen sind die Schultern. Genau. Ja, die kann ich jetzt... Das kann ich jetzt theoretisch noch verticken, oder? Das, okay. Das kann ich zurückgeben. Wenn ich es eingesetzt habe, dann kann ich es wahrscheinlich nicht mehr zurückgeben. Wahrscheinlich kriege ich übelst die Scheiß-Trades drauf. Bitte lass es keine Scheiß-Trades sein. Bitte. Okay, das sieht nicht gut aus, Leute. Das sieht nicht gut aus. Okay, was... Ja, gut. Ich brauche nämlich eigentlich Stats, ja. Ja, gut. Ich könnte das reinnehmen. Was halt okay wäre, aber nicht gut, ne? Wenn Hauen drauf ist, dann macht, äh, Prankenheap einen Ticken mehr Damage. Oder ich kann, ähm, hier mit Dings staggern. Jetzt muss ich gerade mal nochmal gucken, was ich hier drauf hatte. Gut, dadurch hatte ich das, ähm, Hounding und dann Heilung und Magenfetze. Okay, das war... Also die Schultern, die ich davor hatte, die waren auch nicht, auch nicht sonderlich gut, ne? Da bin ich jetzt nochmal am überlegen. Dann nehme ich lieber das, äh, Damage hochstapeln. Dann kann ich mir auch nochmal ein Stack von meiner Active Mitigation drauf basteln. Und jetzt habe ich hier, wenn denn die Heilung oder, ähm, Tempo. Wobei Tempo auch nicht schlecht ist. Hm, aber ich glaube, da nehme ich lieber die, die, die Tempo-Wertung. Und was haben wir hier noch? Heilung, Tempo und Vermeidung oder Magenfetzer. Ich glaube, ich nehme hier nochmal den Magenfetzer. Also die sind jetzt nicht optimal, die Schultern muss ich gestehen, aber sie sind, ähm, natürlich besser als meine alten, allein schon von den Stats, von den, ähm, Primär-Stats drauf. Warte, wenn wir das jetzt mal hier vergleichen, äh, habe ich 200 mehr Ausdauer, äh, 81 mehr Beweglichkeit und 30 mehr Rüstung. Ist eine schicke Sache. Vor allem die Ausdauer wird sich bestimmt bemerkbar machen. Ja, doch. Das sind, äh, dann doch schon einiges an Stats. Hier, 7k mit Ausdauer-Buff und so sind es dann noch ein bisschen mehr. Gut, okay. Ja, dann haben wir auch ein Ticken höheres Item-Level. Anscheinend sind auf den Schultern eh nicht so, so gute Stats overall drauf, ne? Also da habe ich immer das Beschissenste drauf. Einmal noch das Transmox-Set drüber geschmissen und dann sind wir soweit durch. Ja, das war's mit einem kleinen Opening-Video. Mich hat's gefreut, dass ihr dabei wart. Und ja, mich würde interessieren, was ihr so aus der Mythic-Plus-Chest rausgezogen habt, ob ihr irgendwas Krasses bekommen habt, beziehungsweise wenn ihr euch hier auch, wie ich, über Titan-Residio mein Item geholt habt, ob ihr vielleicht, naja, ganz scheiß Dinger habe ich jetzt nicht drauf, aber optimale sind's halt nicht, ob ihr da vielleicht irgendwas Krasses gekriegt habt. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Äh, ciao.